Servus Leute! Willkommen zurück zu Halo 3. Jetzt kommen wir zu einer Stage, die ich nicht so mag. Und los! Ja, verzieht euch! Böse Tiere! Ich hoffe, ich habe da nichts aufgeballert. Doch, habe ich! Scheiß Dreck! Wett mit euch! Ich hasse dich flat! Moment zur Synchronisation! Schlag! So! Passt hoffentlich! Wow, unter mir! Ja, haut da Balle! Hoffentlich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich springe ich mich jetzt selbst. Wie viel? Jawohl, mehr als genug Schrotfilter. Jetzt sind noch ein paar. Kommt her! Weg mit euch! Ich muss aufpassen, wo ich hier schieße. Ach, du kannst mich fressen, so. What the fuck? Wett mit dir! So, den Kadaver auch immer schön zerstören. Sonst gibt es hier nur Probleme. Ah ja, wie gesagt, dieses Dich mag ich nicht. Man merkt es vielleicht. Guckt es euch an. So. Oh nein, nicht noch mehr von denen. Ich muss aufpassen, wo ich nicht baller. Ganz im Ernst. Weil wenn ich Pech habe, triffe ich so einen komischen Blob. Und dann kommt noch mehr dieser Teil raus. So wie den da zum Beispiel. Ich werde versuchen, diese Stage so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Weil ich sie nicht mag. Ich bräuchte anständige Waffen. Ich gehe hier langsam vor, ja. Oh, diese ganzen Teile platzen alle. Weg mit dir. Ja, hinter mir sind wieder tausend Dinger. Ja, friss mich meinetwegen. Solange ich noch nicht in Gefahr bin, von meiner Energie her, können die Teile mich ruhig angreifen. Das ist noch eine Flammengarnate, okay. Die sind hier echt Gold wert. Moment, ich glaube ich rüste auf den Stackler um. Weil der Stackler hier mehr Munition hat. So. Das liegt da. Das ist gut, das weiß ich. Wow, grafisch ist das schon ziemlich geil gemacht. Kind meiner Feinde, warum bist du gekommen? Ich gewähre keine Vergebung. Der Sohn erbt die Sünden des Vaters. Das ist schon echt geil gemacht. Oh Gott, guckt es euch an. Eklig, aber irgendwie geil. Ja, in dieser Stage weiß ich mich nie zurechtzufinden. Oh, Moment mal. Ja. Das sieht irgendwie geil aus. Hand her, ich springe da nicht einfach so runter. Wäre ja total dämlich von mir. So. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Wie es auch immer das da oben ist. Oh, jetzt kommen sie. Wenn sie so schreien, heißt das Angriff. Da. Vor allem hier kann man sich nirgendwo richtig zurückziehen. Das ist auch das Schlimme an dieser Stage. Hier ist man immer und überall am Arsch. Ich häng fest, verdammt. So. So. Der da hinten. Ich muss mich hier ganz langsam voran passen, sonst bin ich ein Dreck wert in diesem, in dieser Level. Ja. Jetzt bin ich hier irgendwie gefahren. Weil von links sind Feinde, rechts sind Feinde. Ich versuche zu flüchten. Ja. Ich kann nicht mal auf meine Tonspur achten. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt mit aufnehme. Glaube ich nämlich schon. Alles und jeder. Ja. Gut. Ich habe kurz auf die Tonspur geachtet. Ich nehme sie auf. Ja. Zwei verschiedene Waffen. Ich habe mir selbst mit zwei verschiedenen Waffen rum. Oh nein. Nicht ihr. Ich hasse euch. Weg, weg, weg! Oh nein, die Teile stehen wieder auf. Frist-Double. Das Gute ist, wenn ich die eine Waffe nachladen muss, kann ich mit der anderen ballern. Oder das. Oh Mann, guckt es euch an. Tausende von Feinden. Na. Na, ich hasse diese kleinen Teile. Da unten. Da hinten sind noch welche. Na. Na, mein Plasma-Gewehr ist leer. Na, ganz super. Du da auch noch. Gut. Nehme ich jetzt Maschinenpistole. Nein, du nicht. Du bleibst hier. Ja, danke. So. Jetzt mit schnellem Maschinen-Gewehr. Äh, Maschinenpistole meine ich. Ja, jeder Einzelne muss hier vernichtet werden. Denn ihr müsst diesen 1 so ein kleiner Wicht da drüben, kann so ein Flood wiederbeleben. Deswegen gehe ich hier auch so langsam voran. Denn ein falscher Schritt und ich habe eine ganze Armee gegen mich. So, und mit dir. Jetzt wird's übel. So. Und schnell zurückziehen. Ja, da oben sieht man sie schon. Das Problem ist, ich habe keine guten Distanzwaffen gegen die. Was mache ich da am besten? Ich habe generell kaum Waffen jetzt. Oh, gut, Flammgranate. Das ist Gold wert hier. Ich muss mich kurz zeigen. Sagen, hallo, da bin ich. So, und jetzt wieder abhauen. Denn jetzt haben sie mich gesehen und jetzt verfolgen sie mich. Normalerweise. Warum sind sie? Okay. Kommt her. Nicht die Kleinen. Ja, die Kleinen kann ich mit dem Maschinengewerkt platt machen. Ach, fress mich. Dann eben nicht. Ah, da kommt schon einer. Der hat da. Warum überleben die die Flammgranaten? Irgendwie verstehe ich das nicht. Ja, friss mich. Das ist, was mich frisst, danke. Weil die verschwinden und die kann nichts mehr. Da liegt noch die restliche Rüstung. Ich stelle euch schon mal darauf an, dass wir hier einige Parts verbringen werden. In diesem... Ja. Keine Ahnung, was das ist. Der Grave Mind oder so. Okay. Hallo? Oh, 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 da kommen mehrere. Okay, jetzt ist es für mich an der Zeit, einen Rückzieher zu machen. So. Schnell zurück. Und jetzt wieder hier. In meiner schönen Basis, wo ich alles überblicken kann. Da oben ballert mich einer ab. Du bleibst hier. Und da oben komme ich. Oh, oh. Irgendwie sorry für den Monster Guard. Weg mit dir. Ah, da ist noch einer. Scheiße. Komm her da. Du brauchst hier gar nichts ballern. Überall Feinde. Übrigens, falls euch wundert, warum ich hier so langsam fallen gehe. Äh, ja. Das mache ich aufs guten Grund. Liegt der nahe Ernstkarabiner. Den werde ich gleich richtig gut nutzen. Ich gehe mich zuerst noch umsehen. So. Und das Feuer eröffnen. Nein, sie formen sich um. Und ich habe keine Granaten. Na, ganz toll. Das sind die schlimmsten. Nein, nein, nein. Ich werde einfach auf Distanz gehen. Und noch ordentlich nachladen. So, jetzt bin ich wieder hier in meiner Superposition. Ja, das wird ein sehr langsames Voranschreiten. Vor allem, hier gibt es kaum Granaten. Hallo. So, in die Fresse. Vor allem, die können nicht wiederbelebt werden. Das ist gut. Wow. Die konnten sich... Wow. Wow, mehr als genug Feinde. Wow, voll von der Seite. Nein, 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 nein. Der kann sich auch nur schützen, die blöde Sau. So. Aber trotzdem ist das Schrotfeld ein bisschen zu hart für ihn. Oh nein, nicht ihr. Nicht ihr. Schickt jetzt verfolgen mich bestimmt ihre kleinen Wichte. Ja, da kommen sie schon von überall. Und sie wollen wiederbeleben. Sie sind da, um mich zu töten. Hallo? Na gut. Ah ja. Oh nein. Hau ab. Wo ist das PASMA-Gewehr? Das PASMA-Gewehr ist weg. Nein, da war es, glaube ich. Nein, das ist nicht... Ach, keine Ahnung, was es ist. Das ist ich eben mit der Schrotfelder. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Und langsam ist vorankommen hier. Oh, das ist perfekt. Perfekt gegen diese Teile. So, dann du noch. Du noch, sag dich. Hallo? Das verarscht mich doch. Wo ist das? Wo ist das tot? Ach, ich weiß doch nicht. Da ist noch eins, was mich verarschen wollte. Darum laufen wir auch noch ein paar rum. Ja, ich muss hier so akribisch vorangehen. Ansonsten, wenn ich hier ohne Planerfxor entstürme, in dieser Schwierigkeitsgrad bin ich Flattfutter. So, da ist noch einer. Und einer ist noch. Der ist... Keine Ahnung wo. Naja, was soll's? Ich gehe schon mal weiter vor. Oh, 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 oh. Ihr seid ja wohl die Allerfiesesten. War klar. Rauf, dich zu schützen. Leg mich doch, Handy. Was soll's? Ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Das war Halo 3 für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen.